das haus haben wir oben ist die legendäre loot man riecht sie doch förmlich du bist die verstärkung chrony nur du holtbunker hier vorlaut legendäre vorlaut waffel schnitt auch nicht gut aus der tür öffner tor öffner auch eine legendäre waffe das ist doch ein shotgun 340 granate ok granate 244 granaten haben wir mit im schuss wird getestet wird getestet schaut nicht schlecht aus netted forward reference energy drink auch da wo sind wir auf der karte hier neben der neben dem depot links vom depot zwischen den alten konverter der tor öffner kommt wieder in vierten fight sagt doch ich kriege eine legendäre waffe ja schaden schaden fehlt ein bisschen habe ich habe auch nichts gespeckt da ich mit so einer shotgun wo ich rein gelevelt habe macht die shotgun schon zu gutem schaden jetzt klinge ich das nicht mit seiner mege oh, weiterkrieg auf